Willkommen zurück, meine lieben Gamerfreunds. Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light. Dabei ist der Dorunefly und wir kämpfen uns hier irgendwie durch. Durch den giftigen Sumpf. Gift-Sumpf. Das hat mich grad... Mit Riesen-Echsen, ey. Das war ein Baumbart. War ein Baumbart? Ja. Mutierter. Hä? Wollte ich schon sagen. Ich wollte dich schon retten. Ich wollte mich schon so retten. Oh, das könnten wir auch bei den Stellen, weißt du. Mit dem Seil? Ja, kennst du das nicht? Okay, Lösung. Hab ich keine. Ähm, doch, ich hab eine. Wirf einen Speer. Ich auch. I need one, please. Ich versteh gar nicht, warum kann ich eigentlich sehen, wie du zielst? Siehst du das? Ja. Den goldenen Punkt hier, siehst du? Ja, ich weiß gar nicht, wie du das machst, warum. Ähm, kein Schuss. Wenn ich lange genug drücke, dann seh ich auch, wo ich ziele. Nein, was tust du? Was tust du? Ja, du schubst mich auch quasi runter, ne? Entschuldigung, dann hättest du dich... Oh, lol, ich hab die Taste gedrückt gehalten. Oh, ich dachte... Was? Was? Du wolltest mich umbringen. Hatt ich gar nicht, spring eigentlich. Äh, Platsch! Achso, denn das Seil hätte doch gehalten, was für ein Schwachsinn. Ja, ne? Ja, eigentlich so. Oh, es kommt wieder, ich hab irgendwas gehört. Irgendwas mit Wusch. Oh ja. Irgendwas Flammenwerfendes wieder mal. Oh ne, ich wollte eigentlich nicht zielen. Das war nicht meine Absicht. Wow! Ist hier nix. Hä? Das ist unheimlich. Ich hab doch irgendwas ge... gehört. Oh, da ist ein Münze. Ist mir egal, ob ich Schaden kriege. Ach, deswegen hab ich die ganze Zeit so wenig LP, weil ich wahrscheinlich so gut geil bin. Weil das ist so ne krasse Kettenreaktion immer, wenn alle Ketten gehen. Jutek, du solltest da rausgehen. Wo? Ich hab doch hier Heilung. Puh, voll viel Heilung, ne? Ja. Kann mir jetzt gar nicht so viel für... Ah, schau wieder so nem Springer! Oh, 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 oh ... Hoppla! Müssen wir jetzt... Oh, da ist ein Schädel. Da ist ein Schädel. Müssen wir jetzt links rum oder hier? Ich bin's...! Ich opfer rond. Äh, und? Mich! Wo müssen wir denn jetzt lang? Links oder rechts? Wir müssen auf jeden Fall das letzte Tor öffnen. Ach, das hört sich an. Okay, die Treppen gehen beide hier hoch. Oh, da oben, das sah sehr gefährlich aus. Ich hab das jetzt gar nicht gesehen, ich sehe nur diese imposante Treppe. Ja, da waren wieder Löcher. Da kommen Stacheln wieder raus. Oder Späbe. Ja, hier ist ein... Ja, siehst du? Da oben. Achso. Ja, aber es ist wahrscheinlich, damit wir nicht zurückkommen. Ja. Ja. Ich durchschaue diese Spiele. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Granatenwerfer. Granatenwerfer, aber sowas von Granatenwerfer. Oder, äh... Oder nicht, ich hab's gerade aktiviert, was hast du gesehen? Ich glaube, wir müssen laufen, wir müssen laufen, wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Scheiße, ich bin da am Glitschen. Da ist ein Schädel. Ich weiß! Wir müssen außen rum. Ich lauf. Hast du den? Ich krieg den Schädel nicht. Ja, warte, ich komm hier entgegen. NOOOOO! Oh mein Gott! Ich hab den Schädel! Du bist so ein Glitscher, ey. Oh, der Scheiß! Oh mein Gott, wie nice, ey. Yeah! Da musst du echt, ey, das ist so krass, weil du musst echt in diesem Moment einfach... Ich kann's halt. Such a lieb! Ey, ich hätte... Ich dachte, ich hätte gestirbt. Wann machst du denn da? Ich schaum das nur rum. Ich schaum das nur rum. Ich lass mich mal heilen. Ja, aber nicht zu viel. Du machst das immer leer, du sorgst alles aus. Ja, weil du mir nir die Medi-Packs lässt. Ich schaum mir gar nichts. Lässt mir nir die Medi-Packs. NICHT! Das ist To-Totok. Oder Turok. To-Tek. Achso, To-Tek. Weißt du, aber mich ankacken, dass ich den Titel spielst nicht gar an. Nenn das Medi-Pack! Ich kack dich gar nicht an. Ist auch nur ein Scherz. Nee, der ist auch schon schwer. Ja, genau. Spuck mich an. Ich schaum es dir gerne. Komm, scherp. Nee, der ist auch schon nicht. Hallo, warum schlägst du mich? Äh? Wo ist denn hier noch? Was passiert da gerade bei dir? Ich weiß es nicht. Egal, ich bin jetzt... Oh, schierp. Zack. Da unten ist noch ein Medi-Pack. Hast du es nie angesammelt? Nö. Ich hab doch noch so viel HP. Nimm das doch. Das da. Ah, da. Und das da oben hab ich auch nicht angesammelt, weil ich verloren habe. Foley-HP hatte. Fo-HP. Foley-HP. Jetzt müssen wir ja über diese Holzbrücke, oder? Ja, ne? Jump, jump. Oh mein Gott, war das voll verlegen. Boah, da haben wir schon die Beine, Einstein. Hä, wieso kriegst du Punkte, wenn ich nach unten ziehe und schieße? Hä? Weil ich auch Schrauch geschossen habe? So schnell wegschossen gar nicht. Natürlich. Warte, hier ist noch eine Lücke. Vielleicht ist hier ein Schädel. Oh ja. Oh. Das kann wirklich sein. Ich will hier wieder hoch! Nein, das ist nur ein Tod in dem Abgrund. Ein Abgrund in den Tod. Mein Handy vibriert. Ah! Geil. Oh mein Gott. Ist okay, ich habe alles unter Kontrolle. Ich kann nicht. Möchtest du Echsenfleisch haben? Ich habe gerade frisch welches zubereitet. Jetzt habe ich was, was ich angenommen habe und habe... Oh, hier ist ein Turm. So. Ich zieh dich weg. Ich habe erstmal kurz mein Handy auf stumm geschaltet. Ach, kein Stress. Oh, ein Schädel, wer hätte das gedacht? Hä? Höh. Aua. Was ist hier noch? Kriegen wir Fallschaden? Ne, ne? Doch. Die ganze Zeit schon. Ach so, weil die dann aua schreien, ne? Ja. Oh nein! Okay. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Ach so. Geh rein! Ich hab jetzt keine Lust hier rumzulaufen, gerade! Okay, ich zieh einfach mal und guck, was passiert. Das war jetzt aber extrem strange gerade. Es passiert sehr viel. Ach, da ist noch was zum Zielen. Oh. Okay, wir müssen mal warten. Super. Ne, doch die Steinchen! Ja, gleich. Das ist ein Zeitspiel, ne? Oh mein Gott! Okay. Okay, los geht's. Äh, keine Ahnung, ich hol das Power-Up! Nein, du bringst uns bald auf! Wir haben das Power-Up! Ich kam mir jetzt gerade nicht drauf klar, weil wegen meinem Handy, weißt du. Ja, kein Stress. Ich hab, ich guck ja ausständig beim Let's Play noch seine Handy. Ne, wegen Anruf. Ach so. Ja, wenn wichtig ist, können wir auch eben Power-Up machen. Ach, das ist nicht wichtig. Äh, zieh doch! Okay, du läufst dann links, ich rechts, ne? Wo ist denn da ein Weg? Ach, da ist denn... Da war, da war ein Weg. Ach da, boah. Ich muss mich hier doch erstmal wieder drauf konzentrieren. Das geht mir gar nicht. Keine Ahnung, Werfer. Okay, super. Warum nicht tot? Ich bin jetzt hier... Ich bin jetzt hier... Ich bin jetzt hier... Ich hab die Fertil-Schaste gedrückt. Ah! Ist das herrlich? Ja, das ist wirklich sehr witzig wieder. Uiuiui. So, ich will jetzt schon mal raus. Ach, scheiße, ja, warte. Gute Idee. Da. Okay. Power brauchen wir nicht, das ist super. Das ist ja schon... Da. Hä? Wieso? Ich war nicht... Wieso sterbe ich, wenn ich schon längst dran vorbeigelatscht bin? Verstehe ich aber auch nicht. Wo sind da die Lube? Ich hab... Ich wollte hier rüberspringen. Ja, aber dann lass einfach das nächste... Und bin dann hier gestorben? Ich hab das auch... Ich hab das ja gesehen, aber ich hab's verstanden, aber ich hab's auch nicht. Das hab ich jetzt wiederum verstanden. Ich aber nicht. Ah, mein Gott. Dann machen wir halt jetzt eins nach dem anderen, ist ja auch okay. Du hast getroffen, ich hab irgendwo... Irgendwann nicht. Du hast es umgebracht. Das wär geil einfach. Oh, Glück. Super. Das müsste eigentlich das letzte Tor gewesen sein, ne? Ich lese mir die Mission die ganze Zeit nicht vor... Oh, das ist mir mal aufgefallen. Ja, finden und öffnen sie das letzte Tor. Betreten sie das Grab in den See. Na, schwimmen. Ich geh schwimmen. Ja. Warum hast du das getan? Weil du Edel... Warum hast du das getan? Ich hab doch gespawnt. Ich bin, das ist daneben. Na, wenn du zu spät spawnt, dann sagt der nö. Und er ist verkackt. Bin daneben gesprungen. Mein Gott, ich werde so viel zum Schneiden haben. Wieso? Aber wir hätten die Mission noch auffüllen können. Warum schneiden? Äh... Die Tote, willst du jetzt wirklich schneiden? Ja, ja. Na, ich mein so die Folgen, weil wir nehmen seit 15 Uhr auf. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ups, nö. Es ist 19 Uhr. Oh. Schon? Oh. Alter, voll. Krass, ne? So viele Folgen haben wir gar nicht gemacht. Ich weiß es gar nicht. Oh. Ach. Schauen wir mal später. Es macht ja auf jeden Fall Spaß, deswegen. Ja, deswegen. Es ist total geil. Aber wir nehmen ja echt schon seit nem Stück. Hier, stell dich da drauf. Ach ja. Sonst kackst du mich wieder an. Ich mach das ja immer leer. Du machst das leer. Oh, Monster. Monster. Aber eigentlich auch das Monster-Design. Hast du schon das Ziel erreicht mit den Punkten? Ah. Bestimmt. Warte. Ne, 360. Ah, Mann. Das ist so ärgerlich. Sorry. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich, aber... So, dann müssten ja noch paar rote Köppe kommen, ne? Ja, aber ich glaub, das Level geht... Ach, hier sind wir. Dann jump mal da rein. Ne, geht noch weiter auf jeden Fall. Oh, das ist wieder dein Spezialgebiet. Wird so schön. Hallelüchen. Boom. 30 Sekunden, okay. Runter mit dir. Nein! Runter mit dir. Oh, geil. Oh, hab ihn in den Rücken damit. Ich komm hier nicht raus, sorry. 30 Sekunden ist schon nicht vorbei. Nevermind, wir haben... Wir haben gerade wieder aufstehen. Das ist eigentlich quasi nur gerade auslaufen. Meinst du das Ziel? Wenn wir gesättet werden. Ja, das ist nicht. Probieren wir es auch einfach aus. Aber wo ist denn da? Los, los, los. Spring, spring, spring! Boah, zu spät. Hä? Läs nicht die Falle aus. Los, lauf weiter mit der. Mach weiter mit der. Lauf weiter mit der. Tu es! Ich bleib doch hier hängen. Nein! Ich bin wieder da. Los, lauf, 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 lauf. Aua! Ich laufe. Oh mein Gott! Alter! Nimm die scheiß Kugel! Alter! Okay, scheiß drauf. Wenn der eine steht, läuft und der andere einfach weiter. Dann glutscht ihr einfach durch. Ja, das ist aber die Kugel. Du musst die Kugel quasi einfach rollen lassen. Über die Falle unten an der Pfeile in der Seite irgendwie. Zubeige gehen. Wir haben ja Zeit, wenn das... Moment. Warte. Jetzt! Was? Aua! Hä? Oh, ernsthaft? Back, back! Ja. Ja, los! Das war jetzt schneller! Wir werden besser! Aber ich finde das so lustig, weil wir sterben einfach nur an diesen Pfeilen und diesen... Rätseln und... ...immer nur an diesen Zeitsachen eigentlich. Ist dir das mal aufgefallen? Yes! Sehr gut! Genau das wollte ich gerade machen. Was ist die denn? Weiter unten, weiter unten, weiter unten, weiter unten! Nein! Schub sie runter, schub sie runter! Ich krieg die nicht! Ach! Nee, 30 Sekunde schon. Das können wir wieder knacken. Ja. Entschuldigung! Macht nix. Weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, weiter! Jetzt! Ey, die nimmt sie nicht an! Nee! Nein, ich seh das nicht! Geil. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel hin? Da! Das haben wir schon verkackt. Das haben wir wirklich verkackt, weil man... Das ist so ne... Guck mal, ich seh überhaupt nicht, wo ich bin und... Oh, hallo! 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 Kann ich aber... Da mal! Na her! Mach mal! Ich sammle derzeit die Punkte ein. Bist du gerade gestorben? Ja! Warum? Weil ich im Feuer war. Was denn hier? Oh, guck mal! Ist da! Ich hab's geschafft! Lol. Ach, dafür sind die Teile da. Schade. Und mir fehlen gar nicht mehr so viele Punkte. Oh! Nevermind. Gemeistert. Handcanon! Hab ich jetzt aber nur die ernsthaft? Ja, du hast die nur. Hier, da sind doch Punkte! Ja, meinst du, ich schaff das noch? Ja, klar! Aber das ist irgendwie... Weiß ich nicht, alles wird aufgeteilt, aber sowas nicht? Ne. Punkte ist immer... Ah, dritte Manif. Egal, ich brauch das auch nicht. Wenn ich alleine spiele, vielleicht, so hol ich mir die ganzen... Gadgets. Gadgeggeggeg. Ok, ich hab nur die Lage sondiert. Ach, schon. Oh, I'm really neat! Mit Gamepad wirklich hier ähm... Ist es nicht einfach hier die ganze Zeit schnell zu zieren, wenn man zu zweit ist? Hm. Ne, also da, deswegen, nämlich für so Ziersachen immer ne Maus. Weil ich hab da gerade jetzt aufgefeuert, aber ich krieg keine Punkte. Und ich bin sein einziger. Ja, weil vielleicht ist meine Waffe auch einfach stärker, weil ich viel in den Angriff reingelegt hab und dadurch töd ich alles wahrscheinlich. Das kann auch sein. Ich bin da auch ein bisschen auf Verteidigung gegangen. Ich will hier und... Ich will da lang und ich will den Kristall haben. Dann komm ich zu dir. Äh... Ja? Ja, da ist ein Kristall noch, ein Schädel. Hast du einen roten gesehen? Ach, da oben. Aber es ist wahrscheinlich, dass er einer ist. Ja. Ich will nicht, es gibt keinen Fallschaden. Einer noch. Da, ich hab gerade den einge... abgetötet... abgetötet. Ich hab den gerade getötet, aber du hast Punkte bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich... Ist hier noch was? Ist hier noch was? Weiß nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn der Schädel, weil zwei Schädel sind ja nie so nah beieinander. Also es ist nicht irgendwie so ein Level, aber vorhin waren ja drei. Ha. Bei dem anderen Level mussten wir auch durch die Gegend fangen. Hallo. Schon bald werdet ihr die Finsternis sehen, wie der Spiegel mir zu lassen. Ich stehe da auf einer Plattform. Und haut ab. Klar, weißt du, und wir müssen auf beiden Plattformen stehen, damit wir das aufkriegen wetten. Dazu wie so. Okay, ist noch blockiert auch. Das heißt, wir brauchen irgendwas schweres. Okay. Aha. Ach, bleiben die jetzt so rausgezogen, die Dinger? Ach, guck mal. Super. Dann... ...hoff ich mal... ...komm ich da auch mal rum? Ah, das ist eigentlich voll gut manchmal, wenn man so eine weit... ...weggesehene Perspektive hat. Ah, jetzt. Aber es fällt trotzdem immer noch ein Schädel. Ja, ich... ...habe auch gerade versucht, den irgendwie zu finden. Ich glitsch mir kurz hier runter. Sehr gut. Ja, aber... Ah, da glänzt noch was. Ah, tatsächlich. Okay. Hm. Wie lauf? Wie lauf? Wohin? Wohin denn? Ich... ich kann nicht mehr laufen. Ich lauf dann, ne? Ja. Ich lauf mit. Boah, ich bin einfach so ein Kreis. What the fuck? Oh! Hallo? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Wie lange wir für ein Level brauchen... Oh mein Gott, haben wir... Heilen Sie die rollende Kugel. Welche rollende Kugel heilen? Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Die Folge ist auch vorbei. Oh, sehr schon. Erreichen Sie den Ausgang maximal neun Minuten. Oh, klar. Mein 80 Mal, wie lange wir gebraucht haben! Ja... Aber das ist dann auch echt nur durchrennen und äh... Ja. Ich gucke ja eh immer alles durch. Nun gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und äh... Ne? Bis zum nächsten Mal! Also, bis dann! Bis dann!